Dominika, kannst du mir da ein bisschen helfen? Das geht jetzt nicht, ich bin gerade mit meinen Fingernägen beschäftigt, ich will halt auch schön aussehen, wenn man hier das kommt. Aber, weißt du was, ich hab mir gedacht, du bist so eine... Das war die letzte Limo heute, der gewampert mir auch gleich einen Kassensturz, hat er doch schon um sie mich gesagt, dass es heute nicht mehr kommt. Bringst du mir einen Obstler? Im Ernst? Spatzl, du hast doch dein ganzes Leben noch nie einen Tropfen Alkohol drungen. Die Mama ist heute nicht zu Hause, die ist beim Rummiabend. Ich kann dir auch einen Wodka bringen, den riecht man nicht so. Die Mama ist heute nicht zu Hause, die Mama ist heute nicht zu Hause. Die Mama ist heute nicht zu Hause, die Mama ist heute nicht zu Hause, die Mama ist heute nicht zu Hause, die Mama ist heute nicht zu Hause. Untertitelung des ZDF, 2020